Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich so ein Wurfzelt hier im Hintergrund wieder ganz einfach zusammenbauen kann, damit es anschließend auch wieder in die entsprechende Tasche passt. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal müssen wir unseren Zeltergang hier komplett öffnen und dann den Eingang am besten mal zusammenrollen oder einfach hier in das Zelt hineingeben. Das hat den Sinn, dass danach beim Abbauen jetzt die Luft besser entweichen kann. Danach stelle ich mich mal hinter mein Zelt, dass dieses so längst vor mir ist und dann kann ich nämlich diese zwei Stangen hier in der Mitte einmal zusammennehmen, halte es anschließend mit einer Hand fest und gebe auch noch die zwei äußeren Stangen hiermit zu. Ziel ist es einfach, dass wir jetzt in der rechten Hand zwei Stangen außen haben und in der linken auch zwei Stangen. Als nächstes ziehe ich meine rechte Hand mit den Stangen zu meinem Bauchnabel. Dadurch wird das Ganze auch schon so leicht eingeschlagen. Jetzt kann ich nämlich hier links drüben das Ganze auch noch Richtung meinem Bauchnabel ziehen und schon haben wir nämlich jetzt hier einmal einen großen Kreis vor uns, den wir mit beiden Händen schön festhalten können. Nun müssen wir unsere Wurfzeit einmal so drehen, dass diese Befestigungsschlaufe hier außen ist und nicht irgendwie unten. Und jetzt gehe ich einmal her, lange mit beiden Händen hier oben auf meine Stangen drauf und drücke das Ganze einfach mal mit etwas Schmackes nach unten. Wenn schon gut Spannung drauf ist, dann nehme ich nur meine rechte Hand, gehe hier etwas weiter außen hin und jetzt ziehe ich meine rechte Hand nämlich zu meinem rechten Knie hin und dadurch wird mein Wurfzeit jetzt auch schon so leicht eingedreht wieder, so dass wir anschließend eine 8 auf dem Boden unten haben. Sobald wir also unsere 8 hier schön vor uns liegen haben, kann ich nämlich noch einen Kreis von der 8 jetzt hernehmen und diesen einfach auf den anderen Kreis drüber drücken. Natürlich geht das anfangs immer etwas schwerer und strenger, doch dann sind wir eigentlich auch schon so gut wie fertig. Jetzt nehme ich mir das Ganze einmal noch zwischen meine Beine und nun kann ich nämlich hier noch schön meine Schlaufe um das Ganze herum geben. Hierfür nehme ich diese am liebsten mit meinen beiden Händen und jetzt schaue ich einfach mal, dass ich sie schon etwas hier unten drunter bekomme und dann kann ich nämlich mein rundes Zelt auch schon wieder etwas nachdrehen. Wieder mit meinen Händen hier ein bisschen die Schlaufe nachziehen, noch einmal drehen, wieder etwas weitergeben und schon haben wir jetzt nämlich auch schon diese Sicherheitsschlaufe hier schön herumgebracht. Zum Schluss das Ganze wieder zwischen die Beine spannen und jetzt einmal hier noch die Tasche mit beiden Händen aufmachen und diese kann ich jetzt nämlich hier auch schon drüber ziehen, wieder etwas das Wurfzelt nachdrehen und somit haben wir jetzt unser Wurfzelt nämlich auch schon wieder richtig zusammengebaut und vor allem so, dass es natürlich auch in unsere Tasche hier wieder schön hereinpasst. Wenn du jetzt irgendwie so ein Wurfzelt hier zulegen möchtest oder auch Zellthaken bzw. Sandhaken zum Sichern von diesen, dann kann ich dir hierfür Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markengestellung zum relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst dich extra in Geschäftshilfe fahren. Wenn du dir also eins von diesen Tersilien hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.